Hallo, ihr Lieben, von der Genügsamkeit. Ruhm oder Leben, was zählt mehr? Besitz oder Leben, was wiegt mehr? Besitz gewinnen, sich selbst verlieren, was ist schlimmer? Wer viel begehrt, verausgabt sich. Wer viel besitzt, verliert sich. Wer Fülle meidet, erreicht Erfüllung. Wer innehält, erhält inneren Halt und bleibt sich selbst erhalten. Herzliche Grüße, euer Lauze